Hi, manchmal möchte ich in einem Teams-Chat eine Nachricht schon vorbereiten, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt versenden. Beispielsweise, wenn es um Glückwünsche geht, wenn es um irgendwelche Projektanläufe geht etc. Ist das machbar? Markus, natürlich ist das machbar. Teams ist dafür vorbereitet. Ich zeige dir mal, wie du das Ganze machst. Ich habe hier meine Nachricht und im Normalfall würde ich jetzt auf senden klicken, dann gehe die sofort raus. Das möchte ich aber nicht, sondern das soll eben erst heute Nacht um 12 Uhr oder morgen früh oder wann auch immer versendet werden. Kein Problem, klick einfach nicht auf die Schaltfläche senden mit der linken Maustaste, sondern klicke mit der rechten Maustaste drauf. Dann öffnet sich ein Dialog, wo du genau eintragen kannst, wann diese Nachricht rausgehen soll. Nachdem du Uhrzeit und Datum ausgewählt hast, klickst du einfach nur noch auf die Schaltfläche zur geplanten Zeit senden und diese Nachricht wird am 1. Januar 0 Uhr ausgeliefert. Zum Abschluss klickst du auf senden, damit die Nachricht zum ausgewählten Zeitpunkt versendet wird.